liebe freunde hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren lego news video heute geht es um lego ideas vor wenigen minuten hat das lego ideas team nämlich die ergebnisse der zweiten review phase 2022 bekannt gegeben die ginger von mai bis september und wie immer war es da das ziel 10.000 stimmen für eine kreation zu sammeln ich muss ehrlich gesagt sagen ich hatte das gar nicht mehr auf dem schirm dass diese bekanntgabe heute stattfinden soll umso mehr hat es mich dann freudig überrascht welche beiden sets ausgewählt würden beziehungsweise eigentlich nur eins davon nämlich so nightmare before christmas wird tatsächlich ein offizielles lego set werden der entwurf hier stammt vom fan designer tv rules my life auch ein sehr schöner name und der hat es mit diesem entwurf hier sogar schon zum zweiten mal geschafft 10.000 fan stimmen einzusammeln 2021 hatte er einen ersten entwurf zu nightmare before christmas und mit diesem hier hat er es dann eben auch geschafft die designer zu überzeugen das ist übrigens wenn das hier als set raus kommt nicht das erste mal das lego irgendwas mit nightmare before christmas macht 2018 erschien schon ein brickheads doppelpack mit jack skellington und sally und 2019 wurden die beiden dann auch noch mal als minifiguren in der disney minifiguren serie 2 umgesetzt der zweite entwurf der als offizielles set umgesetzt werden wird geht auf den fan designer bricht 1980 zurück und stellt eine rote londoner telefonzelle da was ich davon halten soll weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz ich brauche das jetzt nicht da wird sicherlich auch ein publikum dafür geben aber ich befürchte fast dass das hier eher ein ladenhüter werden wird was haltet ihr von roten telefonzelle schreibt mir unten in die kommentare gerne vielleicht seht ihr das ja vollkommen anders als ich bis wir diese beiden entwürfe aber dann schlussendlich im laden sehen werden wird es noch ein ganzes weichen dauern ich rechne ehrlich gesagt nicht vor mitte des nächsten jahres damit wir haben nämlich noch zehn weitere lego idea sets die jetzt noch in der pipeline sind die erstmal abgearbeitet werden müssen diese beiden hier dann schlussendlich rauskommen noch schnell ein paar worte zu den abgelehnten entwürfen wir hatten hier ja wieder so eine mega mäßig große review wo insgesamt 51 entwürfe zur auswahl standen und natürlich können nicht alle ausgewählt werden aber es ist wirklich schade um einige zum beispiel natürlich das pilzhaus von jonas oder mein persönliches empfinden wäre auch bluey sehr gut angekommen da gibt es eine riesen fanbase der entwurf hat es wirklich innerhalb von sehr sehr kurzer zeit geschafft die 10.000 stimmen zu sammeln oder natürlich auch für alle retro fans der van des a teams wäre auch ein cooles set gewesen aber das kommt leider alles nicht aber wie wir heute wieder mal gelernt haben muss das nichts heißen denn wie gesagt nightmare before christmas ist auch das zweite mal eingereicht wurden also vielleicht sehen wir ja dann doch eines oder mehrere dieser entwürfe hier die heute abgelehnt wurden in zukunft dann doch noch mal ja was haltet ihr denn von diesen beiden entwürfen die heute gewonnen haben welcher entwurf hätte eurer meinung nach unbedingt vielleicht noch berücksichtigt werden sollen schreibt mir eure meinung dazu gerne unten als kommentar und das video wenn euch das video gefallen hat lasst mir wie immer gern ein like und ein abo da um kein zukünftiges video mehr zu verpassen ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs zu sehen und hoffe schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss